Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Ori and the Blind Forest. Und ja, wir stehen hier immer noch und ich glaube, ich habe schon eventuell den Lösungsanschlag. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich es auch so hinkriege und ob es doch eine schlechte Idee war, das Brett hier, nenne ich jetzt mal, wegzumachen. Aber wir werden es sehen und es sind auf jeden Fall gute Anschläge dabei gewesen. Aber es ist die Frage, ne, wann wird es eigentlich passieren, das, was ich gerne haben möchte? Mit dem Schuss können wir nicht umgelenkt werden. Halt den denn hier. Wann reicht irgendwie den Schuss? Ja, das habe ich schon rausgekriegt. Macht jemand da keine Angst. Aber du sagst mir jetzt mal was anderes hier, wenn ich mal da durchkomme. Kann nicht sein, dass ich jetzt genau da in das Loch reintreffen muss. Der spinnt ja schon so doof. Ich habe auch keine Ahnung, ob der mir jedes Mal so doof springt. Du bist halt bei uns von der anderen Seite hier. Da geht es irgendwie gar nicht. Es ist ja richtig ein Schusszahn hier. Aber geht es gar nicht. So da geht es oder was? Oh, es geht doch nicht, Mann, ey. Es kann es doch nicht sein. Boah, ich komme dann zum Beispiel in Verzweiflung. Warte mal. Ah. So haben die das gemeint. Wir wissen, wie ich da auch komme, ne? Da müsste ich jetzt wieder die ganz normale Methode eigentlich anwenden. Wenn ich natürlich jetzt auch da hochkomme würde. Ach. Das Spiel ist geil. Profession, wo lang? Ja, ich habe keine Zeit zu verlieren. Das kriege ich jetzt nicht kaputt. Aha. Ah, ich glaube, ich muss das umlenken. Kann das sein? Boah, ey. Die Verarschlamme. Ey, jetzt kann man doch niemanden schaffen. Ah, ich muss das noch geradeaus machen, ey. Ne, so was. Ah, da bin ich aber tot. Das hat es mir jetzt vollgebracht. Ach, stimmt. Ich muss das jetzt wieder anders da hoch machen. Und halt erst mal noch treffen, ne? Da war ich auch nicht schlecht. Ah, es geht immer nur, wenn ich da... Das ist perfekt, wenn Demi den... Deswegen ging das nicht. Man sagt mir, das ist keiner, ja. Fast. Ich muss hier rein, tue ich da heranspringen. Ach. Ist ja... Wieder sehr... Schön, ja. Weiß mal ein Speichelbogen. Ich muss hier nicht mehr brauchen. Ja, super. Dann gehe ich tot oder was? Puhuhuhu. Ah, ich lasse mich töten. Ich habe da jetzt keinen Bock, jetzt wieder da hochzuklettern. Ich schick das nicht. Echt? Echt so zu sehen? Dann geht das nicht rein. Warum auch immer. Das muss so rein. Ah, es ist aber auch so steil, ne? Ey, gerade eben ging es noch die ganze Zeit so wunderschön, ne? Jetzt auf jeden Fall geht es nicht mehr, oder was? Ich schick's nicht. Ich schick's echt nicht. Ja, gut, ich hab's noch gescheckt, okay? Seid ihr zufrieden? Aha. Ich hab's halt einfach nur zu steil angefangen mit dem Ganzen. Na, jetzt haben wir's eingekriegt, ne? Das Wort, das Wort. Wir kommen zusammen. Was ist das jetzt hier schon wieder? Hä? Ah, okay. Okay. So, ich muss jetzt gerade mal hier nachdenken. Okay, was? Komm ich da rüber? Oh, ich weiß es nicht. Ich will sterben. Ja, ich spring. Ja. Das war natürlich nix. Oh, ich kann nicht mehr auf den Punkt machen. Oh, ich kann nicht mehr auf den Punkt machen. Oh, das war die falsche Richtung. Ich bin bereit. Ich rechne doch manchmal auch gar nicht mit so Sachen, ne? Dann. Ich eiskalt erwischte. Kann das da jetzt mal bitte verschwinden? Okay. nein ach gott nein gibt's doch weg da ist da hoch was ist denn das einspringt echt raus ich schaff das kannst du ein ganz dach machen das funktioniert oder so ja ich muss doch jetzt hoch es kommt manchmal um den nächsten stellen raus kann ich mich doch die ganze zeit noch hier stehen es ist jetzt zu schwer ich liebe es jetzt schon ich habe gespeichert mir kann nichts passieren kann man sieht's wie mir nix passieren kann das ist jetzt wieder funktionieren oh das war jetzt der falschenupp warte mal wieder zurück ich drück doch schon ich steck's nicht ich habe keine ahnung wie man das jetzt wieder machen muss weshalb nicht oft vorher so ein scheiß kommt ja alles klar ist ja nicht so dass ich die zeit anhalten kann und die zeitlupe mir das dann schnell auswählen kann also ich habe keine manchmal weiß man echt nicht was man hier machen soll im spiel das ist das spiel das ist das spiel ach das war doch jetzt klar wieder da funktioniert das ja vor allen dingen noch nicht mehr immer ich weiß nicht wer sich so ein scheiße Haus denkt manchmal woher Also, ja, ich denke, das dürft ihr euch jetzt noch ein bisschen länger angucken, bis ich keinen Gefallen mehr dran hab. Ich weiß, euch das interessiert. Ey, euch gleich, bis ihr eigentlich springt, ne, und dann. Haha, das wollt ich jetzt eigentlich nicht. Guck, euch euch gleich so inspringen, ne. So, nochmal wieder zurück. Und das dadurch klappt, dass er wieder nicht mit der Steuerung hier zusammen. Ach Gott. Hey. Spür ich den langsam hier, oder was? Ich hab keine Ahnung, wie man das schafft. Ich hab wirklich null Ahnung. Und ich bin ja eigentlich der Profi, so rumrumspringen und rumrampampeln und weißt ja gar nicht was. Ja, ich hab null Ahnung, wie man das hier schaffen soll. Ich hab Leute. Au. 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 Jep, alles klar. Ja. Man merkt, es wird immer schwieriger in dem Spiel. Also gehen auch die Ideen ein aus, wie man hier eigentlich mal weiterkommt in dem Spiel. Und irgendein Freund, ne? Der das Spiel im Wiggen hat. Den danke ich auf jeden Fall dafür, für die tollen Rätsel und Aufgaben, ne? Ich bin begeistert. Aber ich bringe es trotzdem nichts voran. Ich weiß es echt nicht. Von daher, beende ich jetzt erstmal hier die Folge. Und wenn ich dann weiß, wie es weitergeht, dann melde ich mich hier vor Ort zurück. Und danke trotzdem fürs Schulschauen. Vielleicht wisst ihr eventuell, wie es weitergeht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Und einen schönen Tag noch.